Hallo, ich heiße Thomas Ropsky. Ich wäre Regisseur werden und super Filme drehen. Deshalb mache ich meinen ersten Film auch über mich selbst, meine Familie und über Harris. Er ist mein bester Freund. Das ist Dana und ich bin in sie verliebt. Ich glaube, sie findet mich auch toll, aber sie traut sich nicht mehr, das zu zeigen. Lass das! Äh, warst du heute zu Hause? Ich habe den ganzen Tag am Computer gearbeitet. Hallo, mein Schatz. Folgen Sie diesem Auto, bitte. Wisst ihr, ich habe noch nie das Meer gesehen. Meine Eltern haben kein Geld für einen Strandurlaub. Aber Harris und ich wollen zusammen das Meer sehen. Fahren wir dieses Jahr ans Meer? Ja? 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 Vielen Dank.